Wir spielen Solo, wir gehen nach Mitsuro und ja. So, heute versuchen wir mal direkt den Win zu holen. Es ist jetzt meine erste Runde nach dem Livestream und ich hoffe, dass wir die Runde hier gewinnen können. Und ja. Das Video hier heute ist auch geschnitten. Das werdet ihr wahrscheinlich schon merken. Und ja. So. Ich habe ganz wenig FPS gerade, habe ich das Gefühl. Fullscreen ist aber toll noch. Mhm. 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 Das ist ja absolut niemand. Gegner, Gegner kommt raus. Okay. 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 So machen wir mal eben. Jetzt fängt einfach einer an zu saugen. mit 2000 jahre später oder da bin ich wieder das war gerade rausgekattet worden wir sind wieder da wir spielen weiter wir spielen double pump leute Hat sich da draußen jemanden hochverwortet, aber in einem Haus. Da ist gerade Legs, aber das ist so ätzend. Ich meine natürlich, ihr habt 140 FPS gerade, aber es ist so brückelig. Let's do it, man. So. 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 Also, cooles Equip hab ich schonmal. Ich würd sagen, jetzt hau ich mal so langsam das nicht auf dem Retro ab. Ich würd schon mal was aus, wenn mein Einstellungen noch anpassen. Damit vielleicht ein paar mehr Stärze aber. Ach. Zu ätzend rückelig, Leute. Ja Leute, ich spiele auf extrem low Einstellungen. Und Videos zumindest. Weil da muss ich einfach mal gucken, dass ich die meisten Konformen drauf bekomme. Und ja. Und dann. Und dann wird's schon. Ich geh jetzt mal in den Kater holen mit einem schönes Stein. Oh. Ich geh jetzt mal in den Kater holen mit einem schönes Stein. Ich geh jetzt in die Fliege, das gibt's nicht. Oh Leute. Was. Und ich habe ein paar Leute in der Kater holen. Was. 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 Wieso bin ich hier schon wieder oben gelitten? Wieso? Vielen Dank. ganz knapp ganz knapp Soll ich das nicht. Ganz kurz hochhebeln, weil da noch andere Hilfsdorf dabei Nö Aber hat so ne lila ne Boat Action So nice So nice Ich habe so wenig Leben! Und vor allem so wenig Materials! Oh mein Gott! Wir können uns erst mal ein paar Materials, würde ich sagen. Bevor wir den nächsten Kampf ziehen. Weil der ist ja tot. Der ist ja einfach tot. Wenn ich jetzt in den Kampf reinziehe ohne Materials. Der ist ja schon fahrrad, die ich dabei gab. Okay, der hat echt gut gespielt. Also würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lassen wir auf jeden Fall ein Like, ein Abo und ein Kommentar. Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss! Bis dahin und tschüss!